Ich komme mit meinem Team gar nicht zurecht. Frimpong und Reus spielen sich wie Müll. Könntest du mir bitte helfen? Damien, ich helfe dir gerne weiter. Du schreibst, du spielst die 4-3-2-1 aus meinem letzten Video. Damien, du brauchst neben Kimmich unbedingt einen zweiten Set, um die er verteidigen kann. Da du mit Reus eh nicht klarkamst, würde ich dir vorschlagen, pack dir, wenn du die Coins hast, Goretzka rein. Und falls du die Coins nicht hast, dann stell dir da erstmal Gabri Weiger hin. Dann kannst du nämlich auch Frimpong austauschen. Ich würde dir an deiner Stelle noch eine Chance geben. Ich liebe nämlich diese Frimpong-Karte. Aber wenn du mit ihm wirklich nicht zurechtkommst, dann kannst du dir erstmal einen Lorente-Food-Fan, der sie da hinstellen. Anstatt Upamecano kannst du dann auch David Garcia-Totz reinstellen. Upamecano hat mir nämlich persönlich auch nicht gefallen. Und ins Tor noch nennt Herr Stegen, da sind Mitmanager aller voller Chemie. Dann hast du auch mit Fonzi Links den richtig geilen Außenbeteiliger, der mit nach vorne arbeiten kann. Und mit Pelé, Colomuani und Diaby drei richtig geile Stürmer. Den Götze darfst du dann natürlich drin lassen. Wenn du willst, dass dein FIFA-Team von deinem eSports-Profi bewertet wird, dann schick mal jetzt dein Team bei Insta und lass mir dort einen Follow da.